... ist dem Feind gelungen, die Front in Waldaffformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Herr Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Josef, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das einfach genommen? Das Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist dem Zweiter als ein Haufen niederperrestiger Freude oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich setz Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungerüterlich! Die Generalität ist doch geschmolst des ganzen Falsches! Sie schoen, Ehren! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, wurden zu lernen, wie man Messer gabel hält! Jahrelang, dass das Militärmeleaktion nur behindert! Es hat mich jeden nur fest gegen Widerstand! Ich hab' mitgelegt! Es hat der Kult daran getan! Und ja, wenn alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, bin ich Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Wasp da! Wasp da!